Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Rosemarie und ich möchte gerne ein Zwischwander-Paket in Leben rufen. Das heißt, dass die Produkte, die man nicht mehr braucht oder die Produkte ihnen eigentlich gefällt, gerne mit hineinlegen kann in das kleine Paket. So, ich erkläre es euch. Ich werde ein kleines Paketchen fertig machen, ein viereckiges, lege da neue Produkte rein, ungebrauchte Produkte, die natürlich auch halb voll sind und dann wird das Zwischwander-Paket zu jemand anders geschickt. Und sie sucht sich dann Produkte raus aus dem, was ich da reingelegt habe. Und wenn ihr die Produkte gefällt oder manche Produkte haben möchte, dann holt sie die raus und legt den gleichen Gegenwert oder einen Euro weniger oder sowas. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber dann holt sie sich das Produkt raus und legt das gleiche Produkt in wahren Wert wieder hinein. Genau. Genau. So ist das auch mit den anderen Produkten, wenn man die rausnimmt. Wenn es ein Produkt jetzt zum Beispiel 1 Euro kostet, dann legt sie ein Produkt für 1 Euro wieder hinein. Genau. So ist das. Wenn ein Produkt jetzt 10 Euro kostet, dann legt sie natürlich ein Produkt für 10 Euro rein. Wenn es jetzt für 9 Euro ist, ist das jetzt auch nicht so das Wilde. Wenn es ein kleines bisschen weniger ist, ist 1 Euro weniger. Das macht jetzt nicht kein Problem. Aber die Produkte müssten auch wieder ordentlich sauber gemacht werden, als wenn man das Produkt benutzt, so ein bisschen mit dem Tuch sauber macht oder eine Lidschattenpalette ein gebrauchter reinlegt, so ein bisschen ringsherum sauber macht ein bisschen. Genau. Die Produkte müssen auch ordentlich sein und sauber so ein bisschen. Dass sie natürlich nicht so reingetitscht sind und ja, das ist nicht so prickelnd. Genau. Ähm, Produkte, die neu sein müssen, sind, ähm, Pflegelippenstift, Lippenstifte, äh, Wimperntusche, ähm, genau. Und, ähm, wenn man die hier diese Wimpern, hier die unechten Wimpern, ähm, drauf machen möchte oder mit reinlegen möchte, die müssen natürlich auch neu sein. Das dürfen auch keine gebrauchten da sein. Ähm, Schmuck sollte auch, ja, so halbwegs neu sein. Oder wenn man sagt, okay, die liegen nur im Schrank, ich hab sie nur einmal benutzt, kann man die natürlich mit hineinlegen. Das ist kein Problem. Genau. Ja, genau. So ist das, ähm, so, genau. Zwei Schwanderpakete sind auch schon auf YouTube, ähm, aktiv. Das sind die Leute, die einfach zu viele Produkte haben und diese nicht alle leer kriegen und vor sich schlecht werden oder nicht mehr gut werden und dann wegschmeißen muss. Das ist dafür schade. Deswegen kommt so ein Zwei Schwanderpaket und da können andere, andere Leute das sicher herausnehmen und dann können sie ein anderes Produkt hineinlegen. Und das geht dann immer so weiter. Es geht jetzt zum Beispiel, ich fange an, schicke es zu der Person und die Person schickt das wieder zu einer anderen Person. Es kommt drauf an, wie viele Personen mitmachen ins Zwei Schwanderpaket, wenn ihr Interesse hättet dafür. Man kann auch ein YouTube Kanal haben, dann wird das auf jeden Fall auf YouTube hochgeladen und es wird gezeigt. Die Produkte werden gezeigt, auf jeden Fall. Und was man rausnimmt. Genau. So ist das. Man kann auch Instagram haben, wenn man keinen YouTube Kanal hat, sondern nur einen Instagram Account hat, dann kann man das auch machen. Man kann, äh, Produkte, die Produkte, die man rausgenommen hat, ein Foto machen insgesamt zusammen und dann hochladen und dann würde das auf jeden Fall dann wieder weitergehen. Genau. Es kommt drauf an, wie viele Mädels sich melden auf YouTube oder auf Instagram. Ich werde alles von mir auf YouTube und Instagram Account unten in die Infobox schreiben. Da könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn ihr Interesse hättet oder habt. Könnt ihr mich gerne schreiben. Ja, so meine Lieben, wenn noch Fragen sind, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ja, genau. Und dann werden wir zusammen so eine Gruppe zusammen machen auf YouTube. Genau, YouTube. Und dann werden wir eine YouTube Gruppe machen und dann werden wir uns so unterhalten und austauschen. Genau. YouTube hat eigentlich fast jeder ja. Und ja, dann werden wir uns austauschen, werden das dann mal gucken, wie viele Leute zusammenkommen. Ja, maximal müssten es so drei, vier Leute noch dazu kommen, dass wir es so richtig erst losschicken, weil bei ein oder zwei Personen, ja, ist es mal so. Man kann schon machen, aber ja, man am besten so vier Personen noch zusammen sind oder fünf Personen so eine Drehe. Das ist schon besser. Genau, meine Lieben. Ich hoffe, ihr meldet euch bei mir. Ich möchte gern das wunderschönen Tag, Mittag, Abend, auch wenn ihr das Video schaut. Bei uns ist es schon gerade 20 Uhr noch was. Genau. So, meine Lieben. Ich sage Tschüssi und meldet euch bitte bei mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich welche melden würden oder Interesse haben. Genau. So, ich sage Tschüssi.